Wir hören dann an! Ja, genau, genau so ist es. Was macht man hier im... Wir haben nächstes Jahr eine Bühne. Wir haben auch eine Spielgemeinschaft. Ich kann das im ersten Mal bloß haben. Wir können das lernen. Aber du kannst halt nicht sagen, Spiel ab, du musst auch spielen. Sind das eure, oder? Ja. Was macht das? Ich bin jetzt nicht. Ich bin jetzt nicht der FNVF, ich habe zwei an den ersten Mal. Aufmerksam! 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 Applaus 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 Bei einem Prognostitzel gibt es ja Konzert. Das ist ja vor allem der Regender, dass er das nicht rauskommt. Das ist ja vor allem der Gegend, da wo das herkommt. Hat der Paul-Bott eine Schärfe? Nein, das ist der letzte Mann. Der darf nicht, dass er mit ihm rauskommt. Hat er immer mal mit schließen. Ich schloss die Luft, das nachher. Ja, damit es nicht mehr genutzt wird. So, das war spannend. Und die Cora hat die Gräder gut vertreten. Seht schon beim Freistoß, da hat der Klaue später. Ihre Kommentare dann? Dafür kommt dasHey-ACH Das war Heike übrig und sie hat schon abgezureardaß, und sie hat auch einen kleinen": ist das schon garbled? Das war sehr gut. Da haben wir jetzt auch schon ausgeführt werden. Da haben wir auch sie darum eingestellt, wir haben ihn den ganzen Tag verстав sliced. Vielen Dank. 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 Ja? Vielen Dank. Vielen Dank.